Der Konflikt zwischen dem Extremsportler Felix Baumgartner und Florian Klenk, dem Chefredakteur des Falter, spitzt sich weiter zu. Baumgartner hatte Klenk in sozialen Medien heftig kritisiert und dabei dessen mehrfache Impfungen gegen Corona ins Lächerliche gezogen. Klenk, der selbst angibt, erneut an Corona erkrankt zu sein, verteidigt die Impfungen und warnt vor Falschinformationen. Als Reaktion auf Baumgartners Äußerungen fordert Klenk zunächst zu spenden für das Kinderhospiz Momo auf und droht bei ausbleibenden Spenden mit rechtlichen Schritten. Baumgartner bleibt bei seiner kritischen Haltung und zeigt sich von der Drohung unbeeindruckt, vergleicht seine Furchtlosigkeit gegenüber einer Klage mit seiner Einstellung zu Corona. Zudem bietet er an, für Klenks zukünftige Impfungen finanziell aufzukommen, was er als Entgegenkommen darstellt. Dieser Austausch unterstreicht die angespannte Debatte um Corona und Impfungen in der Öffentlichkeit, wobei beide Seiten ihre Standpunkte deutlich machen.